heute nehme ich euch mit auf die fahrt nach neckarhausen über das klinikum in nöttingen der medius klinik dort seht ihr auch ein update vom neubau und ich wünsche euch viel spaß und gute unterhaltung jetzt bei diesem film ich zeige euch die hin und die rückfahrt nach und vor neckarhausen so 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 Jetzt haben wir uns die Ja, das ist gut. Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020